Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr wisst ja, dieses Thema Ionity kocht in letzter Zeit ziemlich hoch, die Preiserhöhung auf 79 Cent. Das hat die Elektroauto-Community ziemlich geschockt und ich werde immer wieder gefragt, Jens, was sagst du denn dazu und willst du darüber nicht mal ein Video machen? Ich habe mir gedacht, das hat jetzt irgendwie fast jeder ein Ionity-Video gemacht. Muss ich das jetzt auch noch machen? Ich wollte es eigentlich nicht. Aber jetzt angeregt durch das Interview von dem Christopher Carazzoni von Carmaniac, das hat mich doch so ein bisschen nachdenklich gemacht und ich muss zugeben, vielleicht habt ihr ein paar Sachen, die zwischen den Zeilen dort gesagt wurden, gar nicht mitbekommen. Und deswegen mache ich jetzt mal dieses Video, um euch mal meine Meinung, meine Auffassung zu dem ganzen Thema Ionity zu sagen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, Ionity, was soll ich dazu sagen? Brauchen wir überhaupt? Geht es, dass wir jetzt alle sagen, wir laden da nicht mehr? Also ich glaube nicht, denn Ionity ist eigentlich völlig unverzichtbar für die Elektromobilität in den nächsten Jahren. Das ist eigentlich total klar, denn Ionity ist der einzige Anbieter, der gerade flächendeckend ein Schnellladenetz, und zwar ein richtiges Schnellladenetz mit 350 kW Leistung, in ganz Europa aufbaut. Und damit sind sie im Prinzip Monopolist und sie sind fast unverzichtbar für die Elektromobilität. Ich meine, na klar gibt es noch andere Anbieter. Fastnet hat ein paar versprengte Ladestationen in Deutschland oder Allegro oder sonstige Anbieter, auch mit 150 kW sogar unter Umständen. Aber das sind so Ladestationen, die stehen mal hier eine, mal da eine. Aber man weiß irgendwie nicht genau wo, außer man informiert sich vorher akribisch, wo die denn wohl stehen. Und bei Ionity ist es ja so weit am Ende, dass man fährt einfach auf die Autobahn und alle 150 km oder so sind solche Ladestationen und man muss sich dann im Prinzip keine Gedanken mehr machen. Das ist ja der Sinn der Sache. Das heißt, es muss flächendeckend sein. Und das sind die Einzigen, die das machen. Und damit haben sie natürlich ein mega Alleinstellungsmerkmal zusammen mit der hohen Ladeleistung. Und das macht sie natürlich hier zum absoluten Monopolisten, mal außerhalb des Tesla-Universums. Und das sind ja nun im Prinzip alle Autohersteller in Deutschland. Ob es VW ist, Ford, BMW, Mercedes, die machen ja alle auch bei dem Joint Venture mit. Und jetzt ist Hyundai ja dazugekommen. Also mit anderen Worten, Ionity hat im Prinzip in Zukunft die Macht zu entscheiden, wohin die Reise mit der Elektromobilität geht. Und was wollen wir denn? Also wir sowieso, wir Elektroautofahrer. Aber was will denn auch die Bundesregierung? Und was will denn eventuell auch VW? Die wollen Autos verkaufen und die wollen die Umstellung, die Transformation der Mobilität weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität. Wie kann das denn klappen? Ich meine, A muss natürlich das Angebot an Autos da sein. VW fängt jetzt gerade an, da massiv zu investieren. Und wenn ich mal sehe, was VW in den nächsten zehn Jahren in die Elektromobilität investieren will, das sind 33 Milliarden Euro, die die da investieren wollen. Das ist schon eine Menge Holz. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, was Ionity in das Schnellladenetz in Deutschland oder in das Schnellladenetz Europas investiert, die Größenordnung mal im Vergleich. Also das Schnellladenetz, was die in Europa aufbauen, also in 13 europäischen Ländern mit den 340 HPC-Ladestationen, das soll rund 195 Millionen Euro kosten. Davon bekommen sie rund 40 Millionen von der EU an Fördergeldern. Das heißt, sie zahlen dann selber noch so, sagen wir mal, 150 Millionen pauschal. Das investiert Ionity in das europäische Schnellladenetz. 340 Standorte. In Deutschland gibt es 250 Standorte ungefähr. Das heißt, die Investitionen in Deutschland waren etwas geringer. Ja, vielleicht sind es nur noch 120 Millionen, weil auch in Deutschland hat die Bundesregierung diesen Ausbau natürlich mit Fördergeldern gefördert. Die Summe ist nicht so ganz bekannt. Es gibt auf jeden Fall einen Fördertopf von 300 Millionen Euro. Der ist natürlich nicht zu 100 Prozent an Ionity geflossen. Aber aus diesem Fördertopf haben die Fördergelder bekommen. Das heißt, unsere Steuergelder. So, so viel dazu. Und jetzt reden sie bei Ionity natürlich von hohen Investitionen, die sie hatten und auch noch haben für den Ausbau des Ladennetzes in Europa oder Deutschland. Wenn man jetzt aber mal sieht, wer dahinter steckt, welche Shareholder, diese Firma Ionity ist ja in der GmbH, wer dahinter steckt, das ist also wie gesagt Ford, BMW, VW mit Audi und Porsche, Mercedes hatte ich schon gesagt, dann natürlich Hyundai ist dazugekommen. Das sind hunderte Milliarden Euro Unternehmen. So, und jetzt haben die eine Investition von, sagen wir mal, Europa plus Deutschland von vielleicht, sagen wir 300 Millionen Euro in das gesamte europäische Ladennetz. Ja, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen wie das Briefporto, was diese Unternehmen so im Jahr ungefähr ausgeben. Leute, das sind keine Investitionen, das ist Peanuts, das sind Kleckerkram. So, und jetzt kommt es aber. Jetzt haben sie gesagt, sie müssen jetzt die Preise anpassen, weil ihre Shareholder natürlich das Ganze nicht dauerhaft als Subventionsmodell sehen. Das bedeutet, falls ihr das nachhören wollt, das hat nämlich der Herr Dr. Markus Groll in dem Interviewvideo von dem Christopher von Carmaniac bei Minute 2, 2 Minuten 50 Sekunden gesagt, in so einem ganz kleinen Nebensatz. Also er sagt, unsere Shareholder wollen kein Subventionsmodell, sondern sie wollen, sie sollen oder wir sollen Gewinne erwirtschaften. Und das ist ja erstmal soweit verständlich, dass wir natürlich jedes Unternehmen. So, und jetzt kommt aber der Satz danach. Und da sind wir mit den 79 Cent noch sehr, sehr weit davon entfernt. So, was bedeutet das? Das heißt, sie haben natürlich jetzt Investitionen getätigt. Die Summe ist erstmal per se für uns normale Verbraucher eine Riesensumme. Für diese hunderte Milliarden Euro Konzerne ist das Kleckerkram. Ist das ein Witz? Nichtsdestotrotz, sie haben investiert und jetzt wollen sie natürlich Gewinne erwirtschaften. Deswegen haben sie die Strompreise für die Kilowattstunde jetzt auf 79 Cent erhöht. Wohlgemerkt, wir wissen es alle. Nicht für die, die irgendwelche Abo-Modelle haben, sondern für die Ad-Hoc-Ladungen. Okay, aber es geht ja ums Prinzip und es geht natürlich um die Signalwirkung, die das hat. Also sie haben die Strompreise jetzt auf 79 Cent erhöht. Gleichzeitig sagen sie, sie wollen in Zukunft Gewinne erwirtschaften. Und sie sagen auch, diese 79 Cent sind noch sehr weit davon entfernt, dass wir Gewinne erwirtschaften. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Also ich würde sagen, ich interpretiere da jetzt mal rein, diese 79 Cent, die wir jetzt haben im Jahr 2020, sind erst der Anfang. Das bedeutet, wenn im Jahr 2021, 2022 die Anzahl an Elektroautos weiter zunimmt, dann werden diese Preise weiter steigen. Und zwar massiv, weil ja diese 79 Cent noch sehr, sehr weit, wie er sagt, Zitat Ende, vom Gewinnerwirtschaften entfernt sind. So ist jetzt meine Interpretation dieser Aussage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich beschleicht dabei ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Und sie sagen zwar, na klar sind sie für die Elektromobilität, aber wir wollen Gewinne erwirtschaften. Und da das ja alles so teuer ist, müssen wir den Strom massiv erhöhen, den Strompreis. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fällt dazu nur ein, das ist das erfolgreiche Rezept, um Elektromobilität zu verhindern. Und wenn dahinter Multimilliarden-Euro-Konzerne stehen, die jetzt sagen, ein paar hundert Millionen Euro investieren, wir wollen da jetzt Gewinne mit erwirtschaften. Und das müssen halt die Verbraucher zahlen, die Elektroautos fahren, die wir verkaufen. Und zwar teuer verkaufen. Die sind ja jetzt alle nicht billig. Dann fällt mir dazu nichts mehr ein. Ich meine, es gibt ja den Vergleich, und das kennt ihr alle, es gibt das wunderbare Supercharger-Netzwerk in Europa von Tesla. Die haben dieses Netzwerk komplett ohne Fördergelder ausgebaut. Was war das für ein Unternehmen? War das ein 100 Milliarden Dollar Unternehmen? Nein, es war ein Start-up im Prinzip, was hier im Jahr 2013, 2014 anfing in Europa, diese Supercharger aufzubauen. Und die haben jetzt ein flächendeckendes Supercharger-Netzwerk, was nahezu zu 100 Prozent immer funktioniert. Ionity sagt, sie haben nur 93 bis 95 Prozent Funktionsquote. Das heißt, 5 Prozent der Säulen funktionieren dann manchmal nicht. Das können sie sicherlich auch noch verbessern. Tesla hat es zudem geschafft, ab dem Startpunkt es völlig unkompliziert zu gestalten. Das heißt, man fährt dorthin mit dem Auto, man steckt den Stecker rein, die Ladung beginnt, die Ladung ist irgendwann zu Ende, man steckt den Stecker ab und man fährt weg. Und das war für alle Autos viele, viele Jahre kostenlos. Und das, obwohl es ein Start-up war. Es war nicht nur für ein halbes Jahr kostenlos, es war nicht für ein Jahr kostenlos. Nein, im Prinzip war es doch bis 2017 komplett kostenlos für alle. Ab da fingen sie dann an, Free Supercharging abzuschaffen. Das haben sie jetzt aber auch schon teilweise wieder revidiert, zumindest für die Model S und Model X. Nur die Model 3 und Model Y, die jetzt kommen werden, werden momentan was dafür bezahlen. Das wird sich vielleicht auch noch ändern. Aber auch der Strompreis, den Tesla verlangt, ist natürlich ein ganz anderer. Sie verlangen so zwischen, sagen wir mal, 30 und 40 Cent in der Regel, also eigentlich unter 40 Cent. Jetzt sagen wir, ja gut, die subventionieren das durch den Verkaufspreis der Autos. Das sagt Tesla auch selber. Ja, am Anfang haben wir die Autos teurer verkauft, damit wir erstens das Supercharger-Netzwerk aufbauen konnten und jetzt kosten die Autos natürlich auch ein bisschen mehr, damit wir dieses kostenlose Supercharging anbieten können. Ja, ist das ein Modell für die deutschen Autohersteller? Natürlich und ich meine ganz im Vertrauen. Die Autos, die in Deutschland gebaut werden, sei es der e-tron, der EQC oder der ID.3, sind die denn billig? Ich meine, im Vergleich zu einem Tesla, Model 3 zum Beispiel, sind die Autos billig? Sind die billiger? Nein, im Gegenteil, die sind fast genauso teuer wie ein Tesla zum Beispiel. Ja, sie wollen natürlich damit auch Gewinne erwirtschaften, ist völlig klar. Nur das Verhältnis ist ein komplett anderes. Und jetzt sagen sie, wir wollen die Elektromobilität vorantreiben, gründen also eine Firma namens Ionity, die dann am Ende nach einer ganz kurzen Laufzeit, sobald das Netzwerk aufgebaut ist, massiv die Preisschraube andreht und dann sagt, ja, wir wollen Gewinne erwirtschaften und das, was wir jetzt schon gedreht haben, das reicht überhaupt nicht. Hat hoffentlich keiner gehört. In ein paar Jahren wird es sich verdoppeln oder sonst wie noch weiter erhöhen. Leute, damit kommt man wirklich nicht weit mit der Elektromobilität. Und ich kann aus meiner jetzigen Sicht mit der Ahnung, die mich jetzt so dunkel beschleicht, kann ich im Prinzip nicht mehr argumentieren, ja, Elektromobilität hat wahnsinnig viele Vorteile. Zum Beispiel ist der Strom viel günstiger, das heißt, du fährst viel günstiger. Und diese ganze Argumentation, ja, wir fahren ja nur 20 Prozent Langstrecke, 80 Prozent laden wir zu Hause oder am Arbeitsplatz, das interessiert nicht. Denn Leute, jetzt fahren ungefähr, weiß ich nicht, zwei Prozent in Deutschland elektrisch. Das sind so die Early Adopter, die Leute, die sich dafür interessieren, die da Bock drauf haben, die da auch Energie reinstecken, die das Ganze durchdenken, die auch vielleicht ein bisschen mehr Aufwand in Kauf nehmen, weil sie es toll finden. Aber wir wollen doch, dass die Elektromobilität die Masse erreicht. Das muss sie ja, sonst klappt das nicht mit der Verkehrswende oder mit der Mobilitätswende. Das bedeutet, die Masse, die jetzt Verbrenner fährt, muss irgendwann auch mal Bock drauf haben, elektrisch zu fahren. Und das funktioniert doch nur, wenn die Gewohnheiten, die man jetzt hat, möglichst sich nicht ändern müssen. Das heißt, ich habe doch keinen Bock, jetzt mein gesamtes Verhalten zu ändern. Ich habe keinen Bock, irgendwie 15 Ladekarten in der Hand zu haben. Ich habe auch gar keinen Bock, fürs Tanken irgendwie ein Abo abzuschließen, wo ich 15 Euro oder noch mehr im Monat bezahle, nur weil ich vielleicht dreimal im Jahr irgendwie tausend Kilometer Richtung Süddeutschland oder nach Norden fahre. Da habe ich doch gar keinen Bock zu. Da will ich mich überhaupt nicht mit beschäftigen. Und ich habe auch keinen Bock zu, als Verbraucher irgendwie an der Autobahn, den fünffachen Preis oder vierfachen Preis zu bezahlen für eine Ware, die ich zu Hause viel billiger kriege. Das ist einfach für die Leute psychologisch ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist so meine Meinung. Also ganz ehrlich, ich kann wirklich niemandem sagen, hier, kauf dir ein Elektroauto und dann fährst du billiger. Funktioniert nicht mehr. Denn das ist jetzt in den Köpfen der Leute angekommen. Auch die Presse hat es natürlich irgendwie durchs Dorf getrieben. Elektroautofahren ist jetzt doppelt so teuer wie Verbrennerfahren. Das setzt sich in den Köpfen fest. Ist schon geschehen, wird so sein. Und auch diese Abo-Modelle, ganz ehrlich, Abo-Modelle finde ich kacke. Auch wenn ich weiß, klar, für Netflix zahle ich auch Abos. Dazu habe ich mich aber bewusst entschieden, weil ich wollte halt gewisse Filme sehen oder Amazon Prime oder sonst was. Es gibt ja noch mehr. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen. Aber letztendlich habe ich mich irgendwann bewusst dafür entschieden. Ich will jetzt gewisse Filme sehen. Ich will streamen können. Dafür zahle ich jetzt ein Abo. So, dafür kostet mich der Film aber auch nichts, weil ich das Monatsabo bezahle. Und ich streame dann umsonst. Beim Laden ist es natürlich genau andersrum. Ich zahle ein Abo, auch wenn ich gar nichts mache. Aber wenn ich lade, zahle ich extra nochmal drauf. Natürlich pro Kilowattstunde. Sehe ich irgendwie nicht ein. Ist für mich auch völlig kompliziert. Ich will doch jetzt kein Abo abschließen. Und ich finde, Ionity nutzt da seine Marktmacht zurzeit total aus. Und wo soll das noch hinführen, ganz ehrlich? Jetzt habe ich gerade im Radio gehört, heute, nachdem im Dezember schon 500 Energieversorger die Strompreise erhöht haben, werden jetzt zwischen Februar und April alle anderen großen Anbieter auch nachziehen und die Strompreise erhöhen. Und zwar um, Achtung, 8%. Und jetzt würden sie sagen, jetzt sagen die, ja, das müssen wir, weil ja die EEG-Umlage steigt. Die steigt nämlich um 5%. Ja, aber 5% ist weniger als 8%. Und vor allem die EEG-Umlage ist ja nun nicht 100% des Strompreises. Die 8% sind ja die Steigerung von 100% des Strompreises. Und die 5% sind nur der Anteil der EEG-Umlage, der steigt. Also die nutzen diesen Anstieg der EEG-Umlage wieder, um massiv auf den Strompreis aufzuschlagen. Und genau so eine Signalwirkung wird es auch bei Ionity haben. Das heißt, die ganzen Roaming-Anbieter, Maingau oder wie sie alle heißen, Plugsurfing etc. pp., die jetzt noch billig, günstig für 35 Cent plus minus X den Strom bei Ionity anbieten können, die werden ja auch teurer werden müssen, weil die müssen in Zukunft wahrscheinlich auch in die Nähe des 79 Cent Kilowattstundenpreises kommen. Das bedeutet eigentlich nur, auch mit Roaming-Anbietern wirst du in Zukunft bei Ionity nicht mehr unter 79 Cent pro Kilowattstunde laden können. Das heißt, du musst dann schon das Abo abgeschlossen haben. Auch wenn du nur zweimal im Jahr, irgendwie oder dreimal im Jahr die Langstrecke fährst, du musst das Abo abgeschlossen haben. Anders funktioniert es nicht. Sonst zahlst du diesen massiven Strompreis. Also für mich ist es einfach die beste Methode, um Elektromobilität in der Masse zu verhindern. Man kann das natürlich für argumentieren, für Leute, die Lust darauf haben, sich damit zu beschäftigen und sich darauf einlassen. Aber für die große Masse, Leute, ist das ein absolutes No-Go. So viel meine unqualifizierte Meinung. Und ich muss zugeben, ich habe da auch so ein bisschen Emotionen, die bei mir hochkochen. Ich verstehe völlig, dass sie natürlich Gewinne machen wollen. Aber wenn ich bedenke, wer dahinter steht, welche Konzerne, dann fällt mir einfach absolut nichts mehr dazu ein. Und die Automobilhersteller haben so viel Vertrauen verspielt. Und im Prinzip machen sie einfach immer so weiter. Und es wird einfach darauf hinauslaufen, dass ich persönlich immer mehr sagen muss, Leute, deutsche Elektroautos kaufen mit dem ganzen Konzept, was dahinter steht. Kann ich nicht mehr empfehlen. Ich fahre Tesla. Ich mit meinem Auto zahle nichts fürs Laden bei Tesla. Okay, aber ich bin natürlich da die Ausnahme. Model 3, Model Y, die zahlen was. Aber ich habe zumindest das Gefühl und Tesla vermittelt seinen Kunden das Gefühl, dass sie fair sind. Fair, was die Kosten angeht. Fair, was die Transparenz angeht. Und wenn Tesla die Preise erhöht und die ganzen Tesla-Fahrer aufschreien, was, das kann ja wohl nicht wahr sein, dann rudert Tesla auch zurück. Das ist ja auch schon passiert in den letzten Monaten. Also die Kunden haben im Prinzip das Gefühl, hier werden wir zumindest fair behandelt und nicht abgezockt. Und bei Ionity ist das Gegenteil der Fall. Hier würde ich als Kunde das Gefühl haben, hier werde ich abgezockt. Also, ihr merkt es, ich bin da doch ein bisschen emotional angefressen. Aber das musste jetzt mal raus und das war jetzt meine Meinung. Und ich weiß nicht, ob ihr alle derselben Meinung seid. Das kann ja gar nicht sein. Es gibt ganz viele Leute, die ganz andere Meinungen sind. Ich weiß aber auch, dass es viele Leute gibt, die der gleichen Meinung sind. Und schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von dem ganzen Preismodell haltet und vor allem, was ihr euch für die Zukunft erwartet. Was erwartet ihr, wie es da weitergehen wird? Würde mich mal interessieren. Und bis dahin, ich danke euch fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.